Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Trust in B2L, hier mit dem Dark Hunter. Hi. Hi. Ich werde noch mal eins, ja? Ja, mach mal. Wir holen uns heute das dritte Ender-Portal. Das dritte und hoffentlich letzte Portal. Es war ja ein Graus, das zu suchen, ey. Ja. Dreiecks. Wir hatten aber echt Glück. Das sieht nicht mehr aus wie ein schönes Dreieck. Das ist ein hässiges Dreieck. Da, wo wir hinfliegen. Wohl. Wenn du auf den Minimap guckst, ist ja hässlich. Ja, hast du recht, da. Hast du recht. Werf noch mal eins? Ah, da haben wir es schon. Oh, oh, oh. Okay. Okay, ich hab's. Ich hab's gar nicht gefangen. Doch, das könnte wirklich ein schönes Dreieck werden. Ich werfe noch mal. Es geht hier schon runter. Hier geht es runter. Okay, jetzt runter. Dann schauen wir uns auf dem Minimap an. Ist immer noch ein hässiges Dreieck. Alles klar. Okay, kommst du mir? Ja, ich grab mich an, obwohl ich habe keine Schaufel dabei. Jetzt bin ich mehr Stein. Äh, ich würde ein bisschen hochgehen. Ja. Okay. So, dann. Quantum. Ja, ähm. Bin dran. Cool, wir haben's sogar schon gefunden. Hast du Fackeln? Ich habe zwei. Ja, warte hier, ich gebe dir ein Stack. Komm mal her. Da hast du. Sehr schön. Okay, dann suchen wir ganz kurz das Portal an sich. Ja, ich bin unterwegs. Oh, wow, was ist das denn? Was hast du gefunden? Okay, brauche ich nicht. Nee, nee, war irgendwas blumenartiges. Etwas blumenartiges, okay. Ja. Spinnen, Spinnen, Creeper, noch mehr Creeper. Es wäre unfair, wenn wir jetzt hier wilde Fände anwerfen, ne? Keine. Genau, genau. Keine Hüte. Also vorsichtig. Endermänner hier unten, na, ganz klasse. Wow, ich habe jemanden tut getötet. Echt? Ich habe ja nicht gesehen, dass er gut auf hatte, ist dunkel gewesen. Whatever. Passiert. Trotzdem im Riebelverstoß. Leider. Passiert. Da wusste ich jetzt das Teil. War ja nicht mit absichtlicher Absicht. Hier gehst du noch weiter runter. Ja, hier geht's noch weiter runter. Ich habe eine Chest gefunden mit einem Ironhamton, like lowflower. Warum lässt du dich jetzt ablenken? Ich weiß nicht, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Komm zu mir. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, den Spawner, wie macht er denn kaputt? Einfach mit Spitzerkörpern. Mit Spitzerkörpern. So einfach geht es. Weg ist er. Na gut, hier war noch Silberfische. Okay. Bei mir ist er noch da. So ist er kaputt. Wie jetzt? Achso, wahrscheinlich ist Serverdeck wieder. Ja, super. Ja, da habe ich wieder mal in Regis. Ja, wir müssen erstmal die erste Ebene hier sowieso kaputt machen. Ja. Moment, lass mir eben hier das Lava wegmachen. Ja, ich hatte keinen Stein gehabt, deswegen wollte ich ganz kurz auch ja. Und mach du mal kurz die Fackeln hin. Sonst wird es hier ein bisschen dunkel. Ja, ich fackel alles um. Ist eh gerade doof, wir müssen hier dann das Holz lang bauen. So, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es. Endlich das dritte Enderportal. Wir können auch gleich in Ender und töten gehen. Ne, ne, das ist... Ach, warum nicht? Hier ist schon wieder ein Silberfisch. Mistvieh. Leck, leck, leck. Ja, bei mir auch. Okay, jetzt wieder. Ach ja, schön, schön. Zwei Leute drauf, wir bringen jetzt... Die Enderdrachen töten müssen wir jetzt nicht. Warum willst du nicht? Ja, ich... Ja, ja, ja. Aber komm, wir müssen zurück. Müssen wir nicht zurückfliegen. Weißt du? Ich weiß nicht. Irgendwie, die anderen sollen auch was davon haben. Sitzt drauf, wenn wir alle Enderdrachen töten. Okay, ich dachte, wir spawnen wieder. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Na gut, dann lassen wir natürlich erst da. Natürlich gut gemeinschaftlich von dir gedacht. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich, Ego, ich. Oh ja, was ist denn das hier? Tansanit, ist das gut? Was ist Tansanit? Meine, geh weg. Ähm, ich glaube, man kann so eine Rüstung draus machen. Muss mal schauen. Dann mal gucken. Tansanite. Boah, das ist ja nix. Hm, sehe ich keine Rüstung gerade. Hm, schade. Nur Blöcke von. Ah, sie tonnen so cool aus. Ja. So, unter der Treppe mal ganz kurz clear nochmal. Ah, schön, das letzte Portal gefunden. So ein, ja, aber da hat ja Team Blau nichts davon, ne? Was ist denn jetzt deine gemeinschaftliche Ader hier, hm? Ach, die, die Blauen sind mir egal. Gut, dann lass mal einkleinen, die erste. Ich habe leider nur 40 Holz dabei. Äh, ich habe noch ein bisschen mehr. Wir müssen erst mal unter dem Ding hier. Wir kommen nämlich, glaube ich, unter das Ding nicht mehr ran, unter die Treppe. Ja, stimmt. Erst mal da. Ich hoffe, du hast einige Stacks noch mit bei, von dem Holz. Ich hoffe, es reicht. Schauen wir mal. Ups, jetzt habe ich hier einen ausgelassen. Naja, das geht ja gar nicht. Erst mal den Boden. Haben wir schon eine Tür gemacht? Achso, Leute, du hast Bleck hier reingesetzt. Ja, erst mal, dass hier nichts reinkommt. Statt eine Tür. Okay. Bieser. Sehr schön. So, die Lava ist ja schon weg. Jetzt einfach hier nochmal. Genau, einfach komplett Wände bauen. Und Decke machen wir dann auf... Auch, ja, genau, ja, halt, ja, wie es halt normal ist. Also, ich würde jetzt das da oben nicht freilassen. Aber ist egal eigentlich. Ich habe aber kein Holz mehr. Hast du noch was? Äh, ja, ich schizzle gerade, Moment. Schizzle mal, schizzle mal. Wer dann alles? Wie schizzelt's denn du? Hm? Wie schizzelt's denn du? Also, wie man das macht, ja. Hast du, man macht sich einfach nur schizzle und dann schizzelt man. Schizzle. Ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen soll. Ja, das ist... Ähm... Kann ich alles auch nicht wirklich erklären. Das hört sich an, wie so ein Groupie... Groupie-Wort, so schizzeln. Ey, ich gehe mal ganz kurz nach oben und hole ein bisschen mehr Holz. Ich habe nämlich nichts mehr. Hm, ich bin nämlich auch gleich blank. Dann kann ich ja kurz noch den... Ja, dann sollst du jetzt nicht scheitern. ...den Rest akkunden hier von dem Ding. Ja, das kannst du auch machen. Gott, jetzt dauert es die Haare, bis ich durch die Erde komme. Du kannst ja... Er buddelt sich hoch, ja, ne? Ja. Stört mich auch nicht unbedingt, ähm, nach draußen wieder finden. Ähm, ich habe... Wir brauchen noch Holz für die Fenzys, ne? Das stimmt. Da ist gerade ein bisschen was runtergekommen. Komm, beeil dich. Wie, da ist gerade was runtergekommen? Ähm, ein bisschen Kies. Achso. Da ist mir gefallen. So, habe ich das jetzt markiert oder nicht? Ja, ist wunderbar. Gut, dann gehe ich mal den Rest... Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier ist Holz. Nee, oh gut. Hier hat man auch wo theoretisch... Oh ja, oh, nimm auf jeden Fall mit. Das ist ja die... Normales Holz da. Was man hier so findet. Genau, das hast du gebraucht. Ja, meine Axt hält glücklicherweise noch eine ganze Weile. Die hat noch einiges an Power. Ja, habe ich da da... Man weiß, in der ersten Folge, wo ich nicht gegen die Ringe verstoßen darf, habe ich gegen die Ringe verstoßen. Ah, Schandi, das war auch abisch dunkel, weißt du? Und der Zombie, oh, das ist eine Kiste. Ja. Ein Brott. Tja, doof gelaufen, ne? Mein erster Regelverstoß, wenn Dalu meine überlangen Parts noch nicht gesehen hat. Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist es spät. Ja, früher oder später hätte ich es dir eben eh gesagt, vielleicht. Wenigstens fair. Wow, ach, boah, diese Legs, ohne Witz. Ja, ne? Echt nervig. So, immer schnell aufpassen. Weißt du, keine Fakke? Wir können das auch aus zwei verschiedenen Holzarten bauen, oder? Das ist doch eigentlich kein Problem. Ne, ich würde es dir bei einem einzig lassen. Also ich habe 40 Holz dabei jetzt. Weißt du? Belongwood? Oh, Mann. Ein bisschen kann man mal sammeln. Ich suche hier gerade rum, aber ich finde hier gerade nicht wirklich was. Außer Giftbrühe. Giftbrühe, yeah. Das grüne Wasser halt wieder, was für mich giftig ist. Aber nur für dich. Nur für mich, genau. So, dann mache ich noch eine neue Axt und dann schauen wir mal, wie viel ich finde. Alles verfackelt hier. Naja, aber noch mehr Räume. Eine Sackgasse. Gab es dich auch immer? Meinte ich nicht, du meintest, hier gibt es Bibliotheken oder so? Ja, Bibliotheken gibt es auch. Ah, gefunden. Yeah, cool. Ist da irgendwas besonderes? Ah, eine Truhe habe ich gesehen. Sonst irgendwas besonderes? Da können aber nur, ich glaube, Karten und sowas drin sein. Nix besonderes. Ein Enchanted Book. Ist das gut? Was ist da drauf? Was ist denn Verzauberung? Aqua Affinity. Wahrscheinlich unter Wasser atmen wir. Ja, okay. Das ist relativ useless. Wir haben es ja schon ehrlich. Ich habe es ja schon in den Hygien mit drin. Ja, genau. Deshalb. Gut, ansonsten ist ja nicht wirklich was Wichtiges dabei. So wie ich sehe. Doch, hier ist noch eine Kiste. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss mich markieren. Ja, die Köln-Daten könnte ich auch geben können. Direkt von dem Ender-Portal. So, erkundet alles. Fertig. Auf geht's zurück. Oder hier ist was? Ich glaube, wir müssen das aus einem anderen Material bauen, weil hier ist kein richtiges Holz in der Nähe. Okay. Aber es steuert ja eigentlich keinen. Das schüsseln wir trotzdem noch und dann fällt das nicht auf. Eine Bibliothek, wo hier diese komischen Blubberbläschen sind? Ah ja. Ist da drunter Wasser, oder? Nee, eigentlich nicht. Das sieht aus wie Rauch oder dieses Ender-Stein, aber so weit unten sind wir ja noch gar nicht, was? Nee. Eigentlich nicht. Na gut. Sieht komisch aus, aber macht mir nix. Hier ist keine Kiste. Doch, hier ist eine. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher ohne Zauberei. Ah, okay. Aber kann man trotzdem gebrauchen. Kann man. Auf jeden Fall. Man kann ja selber verzaubern. Ist hier auch bei Null wieder Endstein, also Ende, fertig? Da war es, glaube ich, das Stein gewesen sogar, was ich gesehen hatte. Bin ja 6,5 gewesen. Oh, okay. Dann, klar. Oh, hier habe ich noch eine Kiste. Und zwar ist hier eine Iron Chestplate drin, die nehme ich einfach mit, weil ich Müll gerne sammle. Mann, 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 Mann. Yeah, cool. I am Chestplate, genau, das brauchen wir jetzt. Definitiv. Aber ich glaube, was Besseres kriegst du auch nicht wirklich raus. Wahrscheinlich, ja. Da sind eher so die Standard-Minecraft-Sachen drin. Langweilig. So, und hier ist eine Tür ohne irgendwas dahinter. Auch gut. Ich brenne schon wieder. Achso, ich bin ja Feuerimmun, stimmt ja. Macht mir ja nix aus, Feuerresistenz. OP. Natürlich, natürlich. Ich komme zum Portal wieder zurück, wenn ich es finden sollte. Ich hoffe, ich finde meinen Eingang wieder. Ich hoffe, ich finde zum Dings wieder. Ah, hier, direkt eigentlich vor mir sollte es sein. Hast du da Fackeln platziert, ja, oder? Ja, hier sind überall Fackeln und alles. Ah, da ist es. Dann habe ich den Eingang. Ah ja, Moment, ich habe jetzt selber Fackeln platziert. Genau. Ich höre dich schon. Hier, ich habe den Eingang aufgemacht. Ah, hi. Hallo. Ähm, ich mache mal ganz zu uns Fancy's, wa? Kann man das überhaupt hier so machen? Nee. Wir brauchen eine Chest. Eine Chest wie eine Chest? Nein, hier eine Dings, eine Crafting Cable. Ja, Moment. Hast du eine bei? Wunderbar. Oder hast du gerade gecraftet? Gerade gecraftet. So. Mein Invertar war full. Dann. Aus dem Zeug muss ich ganz kurz... Planken machen. Und die Planken dann schüsseln. Schüsseln. Haha, das Wort. Das wird sich so krypieren. Dann für dich auch mal ein Stack. Das sieht ja mal scheiße aus. Moment, ich mache es gleich. So, zack, zack. Ähm, die Wolle muss nur noch anhängen, ne? Ich habe hier keinen... Kein Platz. Ja, mache ich. Kannst aber auch mal nicht. Ich mache hier weiter. Oh. Schüssel. Ach ja, da habe ich das letzte Portal gefunden. Mit einer Tür können wir uns einfach von hier holen. Müssen wir uns keine craften. Ja. Ja, wir haben genug Holz. Also es reicht. Ja? Ja, stimmt. Eigentlich schon. Ähm. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo es hier knapp wäre. Ich habe ja auch noch ein Stackholz bei fast. Kompletten. Kurz überlegen. Irgendwas würde ich noch machen. Ja, überleg mal. Dann fällt es gar nicht ein. Okay, brauchen wir uns eben erst fertig. Ja, brauchen wir uns erst fertig. Sogar noch hier ganz viele Blöcke, die ja fehl gebaut wurden. Also, ich war das nicht. Nö, gar nicht, gar nicht. Du vielleicht? Ja, 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 ja. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Ein bisschen eng, ja, wa? Ja, es geht. Muss man sich ein bisschen reinquetschen. Nee, das müssen wir einen nach oben machen. Weil ich komme hier die Treppen nicht mehr hoch. Ach, okay. Aber als Fledermaus würde man hochkommen. Ja. Aber meinst du nicht meine Fledermaus? Und jetzt einfach hier so oben. Zack. Aber okay, wenn du meinst, dann machen wir es ein höher. Ja, ja, du könntest, okay, wirklich noch alles ein höher, Mann. Ist auch okay. Ich wollte eigentlich nur die Mitte, aber... Achso. Nee, machen wir jetzt alles, machen wir jetzt alles. Jetzt machen wir mal alles. Alles oder nichts hier. Du kannst ja einen anderen Schrott hier ab. Du bist geblockt durch andere Blöcke. Dann haben wir es wenigstens symmetrisch, weißt du, jedes Endlerportal sieht gleich aus. Gleiches Holz und von der gleichen Höhe her. Das ist jetzt ein bisschen anders, das Holz. Ja, einige sind anders. Einige sind ein bisschen dunkler. Spruce Wood. Genau, und das andere ist Oak. Oak. Oh, gut. Oak. Und unser... Ja, ich habe ihn gesehen, deinen Failblock, den du dir gesetzt hast. Das war ich nicht. Hä? So... Okay, wunderbar. Ja, ja, ich kenne dich, ich kenne dich. So, damals sind alle... Jetzt gehören sie uns. Können ja mal in der Konfit dann die Koordinaten alle durchgeben. Ja, können wir machen. Auch von dem, was von halt noch nicht benutzt ist, weißt du. Soll ich hier einfach mal die Augen reinlegen, oder? Nee, würde ich nicht machen. Soll ich ein paar Augen reinlegen? Auch nicht. Auch nicht? Ich meine, wenn wir hier hingehen, dann nehmen wir sowieso genug Augen mit. Warum? Weil man das so macht. Hä? Diese Logik? Also, wenn ich zu einem Endlerportal gehen würde, würde ich immer meine 12 Augen mitnehmen. Jetzt brauchst du bloß noch 6. Wie laufst du noch? Ich hab noch 4. Noch 3. Ich will es aber nicht fertig haben. Ich wollte nur, dass die Leute dann fast einspringen können. Lass mal so, lass mal so. Okay. Sieht gut aus. Finde ich auch. Damit hat Team Rot gesiegt. Ja, dann kannst du dein ganzes scheiß Holz wieder haben. Da, nochmal. Ja, dankeschön. Gut. Sehr gut. Wir haben gesiegt. Ja, wo ging es raus? Ich würde mal sagen, straight nach oben. Oh, nee. Fand ich gut. Ich hab jetzt keine Lust, irgendwie nach unten zu laufen. Äh, nach mir den Weg zu suchen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich brauch gleich wahrscheinlich deine Gravel, oder du musst ja deine Schaufel. Du musst gleich ein bisschen graben wahrscheinlich. Ja, ich mach mir gerade eine. Ich dachte, du hast deine bei. Hattest du nicht vorhin eine Schaufel dabei? Nee. Nee, hatte ich nicht. Du bist so schnell durch die Erde gekommen, gerade vor dem Anfang. Spitzsacke, wa? Mit meiner Spitzsacke. Lass mich mal holen. Ich glaub, meine ist ein bisschen schneller. Nee, meinst du schneller? So. Direkt in den Hauptraum von dem Enderportal. Ja, richtig gut. Unser. Unser. Unser grotes Enderportal. Ja, find ich super. Wunderbar. Also, krass. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass wir das noch finden. Ja, also Dreiecksformat, Dreiecksmuster, ne? Hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, aber naja. Ja, irgendwann, ich fliege mal ganz kurz runter. Mach du kurz weiter. Warum? Mal was einstellen. Wie ich das hier richtig markiere, muss das eben auch orange machen. So. Hast du bestimmt Lava gehört und jetzt willst du mich weitergraben lassen, ja? Nee, nee. Ich bin feuerresistent. Hey, ich auch. Yes, Gravel, Gravel, Gravel. Oder Top. Nee, Dirt. Mach mal. Mach mal. Freiheit, wo bist du? Da ist er. Freiheit. Und wir fliegen zurück zum normalen Spawn. Ja, und das ist das Nächste. Ah, wir treffen uns dort. Wir haben es geschafft. Wir können Nancy dann die erfreuliche Botschaft bringen. Ja, auf jeden Fall. Warum fliegst du dann? Wir haben das Werk vollendet zum Spawn, Richtung so ein bisschen, äh, falsche Richtung. Bisschen weiter, bisschen weiter südlich, ist ja kein Ding. Ja, ja, ja. Steinkreispul. Geht schon, geht schon. Ah, es ist Eis. Warum ist ja Eis drauf? Schneebiom? Ja, Müllbiom. Scheiße, diese komischen, na egal. Ich sehe dich, sehe dich, sehe dich. Ist hier gerade gar nichts. Ich habe meine Sniper nicht dabei, schade. Ob ich dir auf diese Reichweite eine verpassen könnte? Getroffen? Was? Habe ich dich getroffen? Nee. Ah, okay. Aber du hast doch keinen Sniper, oder? Nee, ich habe eine M4-5. Mir wurde auch geschrieben, ich soll mal eine AK-47 bauen, aber... Soll, ja, gut sein, ne? Wo fliegst du hin? Ich war doch gerade auf dich. Ich bin schon weiter. Schon weiter? Ja. Ich bin schon weiter. Aber diese Legs, ne? Oh, der Witz. Hat die jetzt getroffen? Nee. Ich habe keinen Damage bekommen. Okay. Wahrscheinlich, weil du dich bewegst. Muss man auch kurz stehen. Ja, genau. Genau. So sehe ich aus, ne? Ich bin am Spawn. Jetzt? Nee. Aua. Aua. Der hat getroffen. Aua. 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 Wie viele Schaden hast du bekommen? Halbes Herz, oder? Halbes Herz, ja. Ja, okay. Die Google hat erst mal zwei Sekunden gebraucht, bis er angekommen ist. Wie viele Schilde hast du, oder wie viele Orangenherzen hast du? Äh, zehn. Okay, ich habe sechs, obwohl ich glaube, fünf ist normal gewesen. Fünf ist normal, genau. Und du hast ja einen Herzcontainer dazu. Ja, jetzt. Also, ich muss ja anscheinend wieder neu equipen. Ja. Guck mal, wer steht da? Halt mal mit der Maus auf mich, dann siehst du, wie viele ich habe. 42. Oh, jetzt eine Statue. Ejo, tatsächlich. Von Spielpiraten. Moment, steht da jetzt schon HP? Ja, ja. Steht schon HP. Jo, krass. Letzte auch schon da. Okay. Ja, bei dir sind noch Herzen abgebildet. Ja. Ich bin ja schon fast für den Bossgegner. Ich nur 32 HP habe insgesamt, ja. Du bist ein Bossgegner, ja, ist klar. So, was machen wir eigentlich jetzt, so? Da haben wir unser Ziel erreicht. Ja, ich mache mal ein bisschen was bei meinem Haus. Dann kann ich ja mal ganz kurz das ganze Zeug ablegen, gehen und Hüte jagen. Willst du auch kurz zu meinem Haus kommen? Nö. Warum? Wieder nicht. Nur so. Nur so, okay. Nö, 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 will ich nicht. Okay, okay. Okay, ja, okay. Oh, wir haben so viel Sachen mitgenommen. Ja, so viel Schrott wieder mal. Aber gegnerweise haben wir ja ganz viele Kisten hier. Ja, ich habe auch ein paar. Die ich vollmüllen kann. Kannst du auch gleich mal deine Erfahrung hierher liegen lassen, ne? Genau. Nö. Nö. Warum nicht? Warum sollte ich? Warum solltest du nicht? Ist doch eher die Frage, oder? Ihr habt eh genug. Ihr braucht das gar nicht. Ist eine Lüge, das sind ungefähr 100 Level oder so. Ach, nur, nur, ja. Nur 100 Level, ja. Mann, hier ist kein Platz. Wir brauchen 10.000 Truhen, ey. Echt so viele. Irgendwann müsste sich das mal erbarmen, die ganze Scheiße zu sortieren. Nö, das will keiner machen. Aber ich werde es garantiert nicht machen. Ich werfe das immer nur rein. Es ist so viel Müll dabei, weißt du? Ja, wie du aber schon gesagt hast. Erst denkt man, das ist Müll und nachher braucht man es. Ja, traurigerweise. Ja. So, ich habe meinen ganzen Müll abgelegt. Ich möchte jetzt C4 machen. C4 Plastik Explosive. Äh, genau. Kann man gar nicht herstellen. Doch, bei mir kannst du es machen. Was brauche ich dafür? Du brauchst... Drei... Schwarzpulver. Zwei Schleimbälle. Zwei Schleimbälle und einen Redstone. Mit den Schleimbällen kann ich leider nicht dienen. Hast du welche? Ne, ich habe auch keine. Ich habe auch schon gedacht, Schleimbälle wären ein bisschen... Ne, habe ich nicht. Dann können wir halt nicht machen, ne? Schade. Ich müsste theoretisch noch eine Necrotic Bone... Ich will jetzt erstmal die Ender Chest-Style machen. Ich will diese Death Chest machen. Wollen wir jetzt nicht noch tauschen? Necrotic Bones gegen... Ich will erstmal ganz kurz... Ob sie denn brauche ich? Gold und... Ne, okay. Ich habe gerade noch fünf. So, gleich, 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 gleich höre ich dir wieder zu. Ich muss ganz kurz was machen. Da. Ich frage mich aber, wo ist die Kiste? Ah, aber haben die die Kiste versteckt? Äh? Hm. Das ist eine gute Frage. Wo kann ich das Obsidian rausnehmen? Ah, da ist es. Hälfte Obsidian draußen. Äh, ist schon krass, dass Kaden unten gebastelt hat. Ey, Wahnsinn. Ja, das ist echt super. Gold, irgendwas brauche ich noch. Da muss ich mich auch nochmal dran setzen. Also, ich... Ne, ich lasse das mal lieber. Echt? Ich spare mir die Zeit. Das würde mir wahrscheinlich bei mir viel zu lange dauern. Bis ich das fertig hätte. Ich glaube, wenn man einmal drin hätte. Das, das einmal, einmal drin ist, dann hat man es auch. Die Death and the Chest. Yeah. Passt fertig. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich die einfach nur hinlegen irgendwo und da hinsetzen irgendwo. Ja, und einmal richtig drauf. Das Chest ist jetzt linkt zu dein Inventory. Yeah. Sehr gut. Yeah. Oh mein Gott, wie geil. Was ist denn von der hessische Crafting Table hier? Außer Redwood. Gut. Okay, du wolltest jetzt irgendwas von mir haben, habe ich gehört. Genau. Ein paar Herz... Herzen, ja. Ich gebe dir 2 für 4 Necrochic Bones. Für 4? Okay. Ich kann auch 10 machen. Ich weiß nicht, wie viel so der Tauschpreis ist bei dir. Ne, ne. 2 gegen 4 ist ganz okay. Wie er mich jetzt abgezogen hat? Scheiße. Ich habe eigentlich gedacht 2 gegen 2, aber okay. Ne, die Herzkornchen dann sind selten, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Wie er mich abzocken wollte. Ich habe es gesehen. Ja, aber dein Detail ist gefährlich. Ja, ja. Moment ja. Ich komme mal zu dir. So, was brauche ich eigentlich für die ganzen... Ach ja, ich habe die... Ich habe bisher aber nur ein Herz. Den Rest... Ach, so. Das hier brauche ich. Einen Diamantäpfel brauche ich. Äpfel habe ich auch noch bei. Das war es ja schon, wa? Man braucht ja nur den Kanister. Das kann man auch noch aus Irons machen. Fliegt eine Motte rum. Ist ja ekelhaft. Der Kanister. So, wir hatten mir den nochmal erstellt. Einfach aus 4 Aluminium. Achso, ich habe Iron gerade. Deswegen funktioniert das nicht. Ach ja, ach ja. Stimmt, Iron braucht für die Dings. Für die... Für die... Wie heißt das? Ich habe es vergessen. Weiß es auch nicht. Für die Munition. So, siehst du, da habe ich es. Für die Waffen. Achso. Ah. Für meine epische Sniper später. Äpfel, Äpfel, Diamanten, Diamanten. Machst du dir auch gerade genug Zeug, oder? Äh, ich habe das alles eigentlich parat. Außer vielleicht das Aluminium, da muss ich nochmal schauen. Ach, Kacke. Wir haben noch 4 Minuten. Ja. Gut, 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 ja. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte, dann ist alles safe. Alles safe, auf jeden Fall. Alles safe. So, was brauchen wir sonst noch? Man braucht die Jowelenapfel, die Herzkanister, die Herzcontainer, die Kanister und die Necrotic Bones. Okay. Ich komme zu dir. Okay, super. Schaffen wir doch in den letzten 3 Minuten, glaube ich. Und man darf sie nicht essen, man muss sie einfach nur anlegen. Genau, einfach reinlegen. Aber man kann nur 3 dabei haben, oder wie viel? 10 von jeder Sorte. Achso, man kann die ja stacken. Ja, genau, siehst du. Genau. Es gibt ganz 10 rote, 10 gelbe und 10 grüne müssten das sein. 10 grüne, ja. Aber die grünen, die sind sehr schwer zu kriegen. Ich bin sehr froh, dass ich... Ey, wie kickt man die? Achso, das sind auch die grünen, ja? Also so wie die roten halt nur in grünen, oder wie? Ja, genau. Aber die droppen halt von härteren Gegnern. Ich habe noch keine grünen gesehen bisher. Was sind denn die härtere Gegner? Weiß ich nicht. Also der Wizard droppt zum Beispiel gelbe. Okay. Als Vergleich. Wo man den Necrotic Bones herkriegt. Ne, das sind die Skelette. Der Wizard ist ja der Boss davon. Achso, dann müssen wir das nächste Mal Wizard jagen gehen. Wie kriegt man das? Noch nicht schon wieder. Ich habe da schon so viele gemacht. Ja, dann mach ich mal mit. Wo bist du eigentlich? Oh, ich bin bei meinem Haus. Ich bin ja vor deinem Haus. Okay, Moment, ich komme. Support. Das Heim des ausgestoßenen Frames. Genau, das war als ich als Team Grün aufnehmen musste, weil ich habe ja den Fluch bekommen vom Gegner-Team. Weil ich alle weggefickt habe. Ja. Hast du schön deine Death Chester drinne und einen Ofen und vier Truhen? Ne, das ist ein ganz normaler Ender-Chester. Achso, okay. Damit ich auf meine Sachen zugreifen konnte. So. Hier. Wegen zwei. Ja, sehr gut. Hinter dir liegt noch eins. Ah, ich wollte schon sagen. Ich würde dich noch nie betrügen. Niemals. Pam. Drei Herzkanister. Alle essen, oder? Sehr gut. Habe ich gehört. Oh, wow. Du hast hier einen. Ja, ja. Gimmi, gimmi, gimmi. Bist du schön. Ich wollte ihn, danke. Ich wollte ihn nicht werfen, das war in meinem Ding noch drin. Hast du alle angelegt? Zack, vier angelegt. Ja, ja. Lass aber immer noch Herzen. Jetzt, jetzt hin. Erst ab 40. Ja, ja. Du hast aber immer noch 42 bei mir. Ja, ich habe ja noch nicht fertig. Mach mal. Was finden wir? Moment, Moment. Moment. Ich lasse dich mal für die Folge rein. Wie nett. Danke schön. Du hast ja also auch so einen kleinen Keller, ja? Oh, wie süß. Trophäen. Cool, oder? Ja. Total geil, hatte ich. Wie viele Truhen du hast. Ah, hier hast du eine Deathender Chest. Genau. Und jetzt ist die so da im Inventar gelegt, oder? Ne, ne. Ich habe sie nicht angeklickt. Oh, lol. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Moment. Ne, ich habe sie nicht angeklickt. Ich habe sie nicht angeklickt. Okay, gut. Die rechte ist übrigens eine normale Ender Chest. Die kannst du auch nutzen. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Ne, was machen wir mit einer Ender Chest? Was macht man da drin? Einfach nur eine Truhe. Quasi, jeder hat da ein eigenes Lager. Wie? Jeder hat da ein eigenes Lager? Ja, also wenn ich in der Ender Chest habe und ich da Sachen rein tue, siehst du nicht, die sind nur für mich drin. Okay. Es gibt ja auch private Truhe, die du gar nicht aufmachen kannst. Die will ich beim nächsten Mal dann craften. Da habe ich ein Leben. Gut. Wir zwei sogar. Also ein Herz, ja. Ja, stimmt. Wir müssen Schluss machen, denn... Genau. Ihr wisst schon. Zeit. Zeit wieder. Ah, okay. Also dann viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Kannst du das aus meinem Haus raus? Ne, du musst noch ganz aus meinem Haus raus. Okay, dann Leute, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ja, bye, bye. Ciao.